Ha, damit hätte er nicht gerechnet, wa? So, nämlich... Äh, so, ja, genau, so rumdrehen. Ja, nein, das wollte ich nicht da hinsetzen. Dahin wollte ich das setzen. Und, ah, das ist ein Hingucker. Nee, das gefällt mir nicht. So gefällt mir das. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit den Fenstern, hm? Ich neige zwar ganz gerne mit den Fenstern immer zu übertreiben, aber, äh, wir können auch mal unsere Base chillen. Oh, ich liebe es, das zu sagen. Und das Haus ist Gott sei Dank so schön gebaut, dass wir wirklich symmetrisch Fenster anbringen können. Das ist unglaublich. Guck mal, wir haben den Feuerwehrmelder an ein Fenster geklebt. Wow, hier findest du Inhalte, die von dir und anderen Sims der, die Sims-Community-Mitgliedern. Ich kann nicht lesen, ne? Aber ihr wisst schon, was das Ding da heißen soll. Oh ja, das ist schön für die Treppen. Ich will keine Treppen bauen, ich will jetzt weiter hier Fenster setzen. Vielen Dank. Seht, da sieht alles schon ganz anders aus hier. So, das sind die Zweierdinger. Ja, dann hat das Klo jetzt endlich auch mal so, sowas. Und hier brauchen wir die Kleineren. Ups. Drehen wir das doch auch mal wieder. Hier und hier und hier. Ja. Hm. So. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ladies and Gentlemen, wir haben Fenster. Wuhu. Oh yeah. So. Und wenn wir schon Fenster haben. Ja, das ist schön für die Kamera. Die Kamera kann mich mal. So. Seht ihr? Ein Dach haben wir auch. Schön ist es nicht, aber mit Liebe gemacht. Jedenfalls würde ich es ganz hübsch finden, wenn das noch hier und da mal so ein bisschen abstehen würde, versteht ihr? Weil dann sieht das nicht so draufgeklatscht aus, sondern dann sieht das aus wie, mhm, guck mal, das hat fast Stil. Hm. Ja, 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 gefällt mir gerade besser so. Also, hier noch weiter rausziehen. Und hier auch noch ein Stück. Und, ups, hier tatsächlich auch. Hm. Also, ich finde das legitim. Ich finde das ganz nice so. Das passt. So, ja, doch. Wir sollten uns jetzt aber mal schöne Tapete aussuchen. Und zwar hier drüben. Da ist doch immer dieses Verkleidungsdingens. Ist das das hier oder das hier? Das hätte ich ganz gerne so in... Ach, nee, rot ist mir zu auffällig. Also, entweder so in blau, obwohl wir haben das ganze Haus ja irgendwie mit rot. Oder so was Schönes in grau einfach. So ganz dezent. Das sieht mir so blau aus und das sieht, mhm, das sieht irgendwie braun aus. Aber ach, das passt schon. Sieht doch gar nicht so scheiße aus. Hm, ich finde das gut. Ich fühle mich gerade auch so richtig schön ausgeglichen. Hm, einfach nur so, weil... Hm, Hausbau. Hausbau ist wundervoll. So. Aber wir sollten dem Walter weiß eventuell mal sein eigenes Schlafzimmer bauen. So, da können wir ja mal was Lustiges ausprobieren. Nämlich das Zimmer verschieben. Alter, zieht euch das mal rein. Äh, äh. Hm. Hm. Hm, wenn wir das jetzt so hin und her schieben und er sein eigenes Zimmer bekommen soll, dann wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir eventuell das Wohnzimmer etwas weiter nach vorne ziehen und das ungefähr so, wie es jetzt ist, nochmal auf die andere Seite parken. Moment mal. Das sind zwei in die Richtung, das sind zwei in die Richtung. Das ist mir suspekt. So. Hm. Mal gucken. Also, also, so. Äh, 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 äh. Okay, das ist hier etwas enger als das da. Das hier ist eins breiter als das da. Aber das wäre ja auch scheiße, wenn, wenn hier und so, ne? Nämlich. Oder wir machen einfach das Badgrößer. Nein, machen wir nicht. Ähm, wenn wir schon dabei sind, dann verschieben wir das erstmal. Und zwar hier rüber. Ähm, sorry Leute, ich will euch ja jetzt nicht zu nahe treten, aber könntet ihr kurz woanders hingehen? Gehst du mal hier hin? Jan ist schnell. Und du auch. Scheiße, ich hab ihm gar keine Gangart eingestellt, das ist ja schade. Könnt ihr die da bitte weggehen? Gehst du wohl da weg? Los, geh da weg. Du willst da gar nicht rein, lass das. Du kannst der Bitch mal sagen, dass die weggehen soll. Ich bitte ihn zu gehen. So, du gehst jetzt hier rüber. Rüber. Oh, oh, doch, warte, warte. Du könntest definitiv zur Arbeit gehen. Gehst du wohl zur Arbeit? Oh ja, und wie du zur Arbeit gehst. Ja, noch ein Stück schneller, meine Liebe. Äh, ja, bereicht, danke. So. Dann würde ich nämlich behaupten, nehmen wir den Raum, schieben ihn noch ein Stück hier so mal ran. Nehmen wir das ganze Möbel, ja, was wir hier haben. Parken wir es erst mal hier rüber. Und ziehen hier gleich mal neue Wände, würde ich behaupten. So. Äh, das da sind so, so, hm. 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 Hm, das ist ein bisschen doof. Obwohl, Bullshit, der braucht kein Doppelbett. Das ist ein alter Mann. Der kann froh sein, wenn er überhaupt was zum Schlafen bekommt. Hm, 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 hm. So. Kann er hier schön reingehen? Dann haben wir hier noch... Hm. Obwohl... Hier noch... Auch noch eins raus. Hui, guck mal, Haushaltsinventor. Dann können wir hier nämlich noch ein zweites Fenster hinklatschen. Naja, da eher nicht so. Obwohl, ein zweites können wir da noch hinmachen, auch wenn es eventuell jetzt ein bisschen dicht beieinander ist. Aber hey. Ne, läuft bei ihm. So. Dann können wir ja die Räume wieder da hinschieben. Vernünftig. Ja. Und hier auch noch. Moment mal. So. Bam. Passt doch, oder? War das jetzt so, wie wir es vorher hatten? Nur mit übertrieben großem Wohnzimmer? Ja. Passt doch. Walt bräuchte nur eine hübsche Einrichtung, irgendwie so ein bisschen. Ähm. Hier. Kriegst eine Lampe, Walt. Passt schon. Plötzlich Lampen. Hm. Das, 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 das lassen wir einfach bei ihr, ne? Ja, ja. Sie bekommt das so. Wir bestimmen das jetzt einfach mal, dass jetzt ihr Badezimmer und er bekommt kein eigenes. Weil er lame ist. Ha. Lame. Hier müssen wir mal das. Ja, doch. Doch, ja. Jetzt ist es wieder hübsch. Ja. Aber, aber das, das sieht hier nicht so hübsch aus. Vielleicht würde das hübscher aussehen. Hm. Auch wieder so eine Leiste. So ein schöner Braunton. Ja, ja, doch. So ein schöner Braunton. Yay. Nein, ich finde den hässlich. Das sieht aus, als ob da jemand Popo an die Wände geschmiert hätte und niemand möchte Popo an den Wänden. Ha, seht ihr? Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Das sieht, äh, nicht nach Popo an den Wänden aus. Jo. Dann bräuchte er jetzt noch eine Tür. Und zwar so eine hier. Yep. Ich seh die Tür. Ich mag das nicht. Warum geht die Tür nicht weg? Sie soll weggehen. Hm. Gut, dann könnten wir Walt jetzt ein Bettchen kaufen. Beziehungsweise wir könnten generell mal ein paar Sachen kaufen. Aber erst will ich, dass diese Tür weggeht. Danke. Wir hören jetzt einfach andere sexy Musik. Ja, genau. Sexy. Also. Müssen wir uns jetzt mal um die wichtigen Dinge im Leben kümmern? Nein, nein. Wir kümmern uns jetzt um Walt. Walt. Sie hat anderen Boden, oder? Er will den Boden auch. Ja, er will auch den Boden. So, jetzt ist er glücklich. Also, eigentlich ist er gerade wütend, aber... Mäh, 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 mäh. Mhm. Ja, das ist das teuerste Bett, was wir finden können. Und ich muss gestehen, ich finde es ziemlich hässlich. Hm. Ob wir ihm so ein nices Bett vermachen können? Wie wir es gleich am Anfang so übertreiben sollten? Wir könnten ihm auch erstmal eine reduzierte Ranzliege kaufen. So eine reduzierte Ranzliege. Ob Walt das überhaupt verdient hat? Kriegt er doch bestimmt nur Rückenschmerzen von. Das ist ein alter... Okay, er ist ein alter Mann, der kriegt Rückenschmerzen. Das müssen wir so einsehen, ne? Das können wir nicht machen. Das ist definitiv nämlich ein Argument und... Nee. Das können wir ihm echt nicht antun. So. Hm. Oder anders. Hm. Wie heißt denn sein Bettchen? Ah. Diskretion. Heißt ja irgendwas davon Diskretion? Das wäre doch eigentlich ganz nice. Aha. Mhm. Hm. Nö. Siehste, es ist hübsch. Hast ein Bett, hast so ein Ding, ist doch schön. Also du kannst jetzt auch noch... ...so was Nettes haben. Passt das? Natürlich. Oh, das passt super. Packen wir hinten hinten. Nein, packen wir es da hin. Die passt super zum Bett. Seht ihr das? Oh, das ist ja wundervoll. Gefällt mir aber die Kommode jetzt nicht. Nee, 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 nee. Hm. Da passt der mir irgendwie... Da gefällt der mir irgendwie mehr. Der passt besser dazu. Ja. Ja, 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 ja. Doch, ja. Okay, jetzt braucht er noch einen hübschen... Was ist das? Ah, kann das irgendwas? Aha. Was sind wir außer Reflexion unseres eigenen höheren Zwecks? Wenn dir das nicht einleuchtet, schließ einfach deine Augen und sieh, ohne zu sehen. Wenn du sie wieder öffnest, findest du eine verspiegelte Schrankwand vor. Das bist du. Du bist perfekt. Merkt. Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. Schon riesig. Kann man da nichts vorstellen? Oh mein Gott, da kann man nichts vorstellen. Dann hätte ich aber viel lieber den, weil den finde ich voll stylisch. Der ist nämlich so gebogen. Versteht er? Hier so. In der Ecke. Nee, da steht ja viel zu krass drin. Aber wenn wir die Kommode dahin tun, dann können wir die hier hinten etwas weiter da so hinstellen, weil da stört das ja niemanden, ne? Aber den hätte ich eigentlich auch ganz gern schräg. Aber dann kann man da wohl nicht mal... Ach, natürlich. Das finde ich jetzt ganz nice. Das können wir so lassen. So, jetzt können wir uns um dich kümmern. Ah, soweit ich weiß, bist du nicht so begeistert von dem Bett, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Das sieht doch ganz nice aus. Das ist also das, was er hat, nur im Doppelbett. Ach komm, wir gönnen uns. Wir gönnen uns. Sie gönnt sich ja sonst nichts. Obwohl, dann haben die das selbe Zimmer so eingerichtet und das würde ich irgendwie strange finden. Wir nehmen ein anderes. Ja, wir nehmen ein anderes. Wir nehmen ein anderes. Weil sonst hätte er ja genau das, was sie hat, nur in Einzelbett-Formaten. Das würde ich irgendwie komisch finden. Deswegen würde ich behaupten, nehmen wir mal Utopia. Wir nehmen jetzt einfach irgendeins. Und dann werden wir mal gucken, wie uns das mit den Farben so gefällt. Nee, das Grün passt nicht. Na, dass es geht. Na. Ah, ah, ah. Eventuell. Zu dunkel. Zu exotisch. Zu exotisch. Zu gestreift. Ja, darüber brauche ich nicht diskutieren. Und wer das oder das? Aber was ist der Unterschied? Ah, das ist umgekehrt von der Bettwische her. Wir nehmen das. Ja, tun wir. Definitiv. So, welchen Nachtschrank will sie denn dazu haben? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Buhu. Buhu. Ne, das ist zu grau. Jupp. Seht mal, er braucht nämlich einen anderen Nachttisch. Dann könntest du nämlich den nehmen. Bei der passt nämlich viel besser dazu, versteht ihr? Das ist wow. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Hm. So, die Farbgestaltung gefällt mir nicht ganz. Ich hätte ganz gerne so, so, so. Das Bett in relativ weiß. Gibt es das denn in einem weißen Gestell? Ach, das enttäuscht mich ein wenig. Ach, das enttäuscht mich ein wenig. Dann können wir ja immerhin bei den Nachttischen gucken. Ob es das irgendwie in rot-weiß-rot... Wir nehmen den. Ja, das tun wir. Sorry, musste einfach sein. Das, äh, 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 äh. So. Welche Kommode nehmen wir denn? Wow, die passt da ganz gut zu. Nehmen wir doch die. Hm. Hm. Die wollte ich ja eigentlich hier hinten irgendwo haben. Aber, hm. Da passt sie auch ganz gut hin. Es ist nur die Frage, wo wir diesen Spiegel hinten haben wollen. Oder wir hängen ihn an die... Nein, wir nehmen einen Hängelspiegel. Weil wir es drauf haben und der da hinpasst. Ach, das ist ein Standspiegel, oder? Ich hätte aber ganz gern einen an der Wand gehangen. Der ist mir zu klein. Mann, oh. Hm. Nee, das gefällt mir nicht. Was ist damit? Hm. Und hiermit? Hm. 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 Nehmen wir den doch in Schwarz. Nein, 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 nein. Rückzug. Nehmen wir den doch in... Nein. Ja, von mir aus. Jetzt sieht er fast weiß aus. Ja, nehmen wir den doch irgendwie in so weiß. Oder so. Ja, ne? Hat die wohl einen Spiegel? Hat der wohl einen Spiegel? Haben wir wohl erstmal deren Zimmer, naja, so weit eingerichtet. Auch wenn da noch ein bisschen was dazukommen wird. Definitiv. Ähm. So. Das könnten wir auch mal umstellen. So, dass die Toilette, die nämlich hier vorne ist. Die Dusche hier hinten. Beziehungsweise geht er nach hier, damit wir da besser spannen können. Ähm. Da ist das Toilettenzeichen. Denn eine Badewanne wäre auch gar nicht mal so schlecht. Da fühlen sie sich unwohl. Das finde ich total strange. Wanne der Wonne. Da unten steht unwohl. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Deswegen lasse ich da einfach mal die Finger von. Und wir stellen uns diese weiße Badewanne hier hin. Sieht doch, äh... Wohlig aus. Oder so. So. Okay.